ja wir sind gerade erst mal 15 minuten dran wir haben noch ein wenig ich habe die kurve zu eng genommen wird dann wieder auf eine erkältung aber als frau stirbt man nicht ja als man auch nicht so wirklich aber man kann gut drauf umhacken ja auf die mitleidstour geht aber nur beim männern die ihre mama noch haben ist sonst kann man ja nicht anrufen kannst du meine mama anrufen nein kann ich nicht zum wohl los ein bisschen was warmes trinken und torsten was glaubst du wie lange brauchen wir bis wir uns den großen hochkaufen können bin auf dem weg der besserung ja alles gute gewünscht jute beserung wenn alles gut geht wenn der zucker ordentlich läuft du wirst der zucker soll laufen ja der soll laufen warum der hat doch gar keine beine danke ja bitte bitte Ja, oder wir müssen irgendwann mal hingehen und sagen, eine Runde alles, was wir angesäht haben, alles verkaufen, anstatt in die Fabriken zu packen. Weil Vorsprung haben wir ja jede Menge. Auf dem Hofsilo ist auch jede Menge Zeugs drin. Wie soll denn da Zeugs reinkommen, wenn da keiner was ablädt? Das geht doch alles zu den Fabriken. Da ist auf jeden Fall was drin. Aha. Zuerst mal frühstücken, bis gleich, ihr Lieben. Ja, lasst es euch schmecken, Michi und Knuddelmalte. Ja, Opie, wir sind doch wegen halbe Hänger voll nicht hingefahren zur Fabriken. Jetzt haben wir es da reingekippt. Ich kann nicht verstehen. Ich bin ein bisschen Miszimmer auch nirgends hingefahren. Nö. Ich mach mal eben eine Wendywende. Ja, eine Wendywende. Ja, mal eben den komischen Rummel hier wegnehmen. Weiter geht's. Ja. Wir fühlen, haben wir ja noch. ist nicht mehr viel gucken wie weit wir kommen in dem stream torsten versorgt die fabriken ja es muss definitiv danach gekallt werden ja sollten wir morgen zwölfer kriegen und die kaltfelder sind noch frei dann gehe ich dann gehe ich zwölf stunden kalt die schoko cappuccino habe ich nicht punkten man hat es gehört echt glück 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 die baum ja manu dir auch einen schönen samstag karsamstag gewünscht also zuhört keine ahme aber im disco zu schrieben ja ein gutes bittel der karte haben wir glaube ich schon an felder in unserem besitz also eine normale map haben uns schon zusammengekauft dann wäre das ding jetzt schon wieder zu ende bei einer normalen nee geht ja gar nicht geht gar nicht geht überhaupt nicht dorsten anja habt ihr für morgen jemand besonderes an essen gesehen oder ganz normaler tag keine ahnung also ich werde auf jeden fall heute die hackfleisch so sind machen da ich gestern die käse spitze gegessen bei mir ist es normaler ich weiß ja nicht was meine mutter geplant hat guten appetit gern schmelzen lassen schmecken und danach bitte bericht was es gab in allen einzelheiten ausrufezeichen lörk so was haben wir gar nicht nein wir haben kein bot wir haben ein hörby morgen gibt es hasen bei uns gibt es nichts besonderes ganz normaler tag mit oder ohne fäll ich musste mal ein paar händchen däumchen machen da so ein händchen da eine jacke tasse und däumchen hat reich dorsten wie hast du beschlossen gut 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 sollst es sein ohne fälle genau die einsteilen lass mich raten mit augen zu genau wow aha mit augen zu und ohren auf ja ok genehmigt die 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 was machen die wehtun das ist nicht schön lasst musst du nicht machen nein die tun ab und zu von alleine weh ich hab denen auch nicht gesagt ist die wehtun sollen wenn du den torsten ist gar nicht hier wenn er jetzt mit ihr bei gewährung mitfahren würde könnte man die viel besser meinst du ich glaube nein das ist ja auch richtig ja weiß ich doch und lass mich wetten du hast du schon vor dem stream überlegt dass du die sachen da so machen möchtest immer und wenn dann der opi kommt und sagt nee du machst was anderes dann ist ja immer total ja ob du hast recht bei am besten sagen du hast recht dann lässt er mich in ruhe so nicht da hast du sand dran das habe ich ja noch nie gehörte hast du sand dran die 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 hallo stimme wo willst du hin wäsche leine habe ich gerade nicht da die welche leine habe ich nicht da alles dreht sich alles bewegt sich fischer technik ja ja das kann man alles schön sehen vor allen dingen wenn man dann als profi spielt und nichts mehr sieht ja toll es hakt gerade ganz fürchterlich weil er mit dem trecker noch nie prof gefahren bin nein nein gefahren bin nein du musst davon ausgehen dass der schwächste rechner ne den maßstab vorgibt und wenn der schwächste rechner gerade probleme hatte die ganzen daten zu laden die gerade gemacht und getan werden dann haben alle anderen geruckele ich habe kein geruckele bei mir läuft das liebten lieb sind so wie fließe nein nicht die komischen dinge die man in der abends steckt ich dachte eher die dinge geben an der wand hat du hast du hast fließe an der wand du meinst du fließe an ließen ah ja du weißt doch deutsche sprache und so weiter ne everybody clipped your hands ach so das bleibt gesicht entschuldigung war falsch was für ein gesicht wo ich gerade vorgehauen habe ach so ne gehauen nicht mehr gepatschert ich krieg zu wenig kaffee ja dann sowohl jawohl ich weiß genau ich habe noch eine gute dreiviertel tasse in der kanne und dann muss ich einen neuen aufsetzen und dann beim nächsten mal muss ich auf jeden fall los wackeln neuen kaffee ansetzen mhm die omi ist bei ihrer mami heute ist mami day aha also ein ganz normaler mami tag ja da Baum aber nur geradeaus ja 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 wächst ihr nicht in kurven nein